Musik Wir sind hier beim THW Springe, ungefähr 40 aktive Helfer und Helferinnen. In der Jugendgruppe sind 5 bis 15 Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren, die hier alle zwei Wochen zum Dienst essen. Im THW bekommt man eine Jugendgruppenbekleidung, Helm, Sicherheitsstiefel, um an allen Ausbildungen und Diensten teilzunehmen. Dienstagabend ist ja immer Dienst, es ist immer jemand da von den Aktiven oder auch von der Jugendgruppe und dann einfach mal erkundigen, wie es aussieht, wann der nächste Dienst wäre für die Jugendgruppe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017